Thomas Tom Bartels ist ein deutscher Moderator und Sportreporter. Leben Nach dem Abitur 1985 am Gymnasium Melle und einer Ausbildung zum Bankkaufmann studierte Bartels an der Deutschen Sporthochschule. Von Kindesbeinen an war Tom Bartels Anhänger des Sports. Seine größten Talente lagen im Ballsportbereich, besonders im Fußball. Seine Karriere beim Fernsehen begann er als Mitarbeiter in der Sportredaktion des Westdeutschen Rundfunks. 1996 wechselte Bartels zum Privatsender RTL, wo er bis 2000 als Reporter der Champions League Spiele eingesetzt wurde. Nachdem sich RTL 2001 erneut die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League sicherte, ersetzte er den zwischenzeitlich zur Premiere gewechselten Marcel Reif als Live-Reporter. Ab dem Jahr 2000 kommentierte er zusätzlich die RTL-Skisprung-Übertragungen. Ab 2003 arbeitete er für den Pay-TV-Sender Premiere als Kommentator und Reporter von den Spielen der Fußball-Bundesliga und UEFA Champions League. 2006 kommentierte Bartels Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft für RTL. Nach der Fußball-WM 2006 wechselte er zur Südwestrundfunk und kommentiert dort Bundesliga-Spiele in der Sportschau und Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft. Kommt aber auch bei anderen Sportarten wie Skispringen oder bei den Schwimmer-Europameisterschaften zum Einsatz. Am 29. Juni 2008 kommentierte er das Finalspiel der Fußball-Europameisterschaft in Wien. Am 30. Dezember 2008 moderierte er erstmals eine Fernsehsendung. Bartels präsentierte die Sendung Deutschlands größter Gedächtnistest in der ARD. Die von Johannes B. Kerner produzierte Show wurde von 6,04 Millionen Menschen gesehen. Seit Januar 2011 gehört er zum Moderationsteam der Sportsendung Flutlicht im SWR. Am 14. Juni 2012 kommentierte er bei der Fußball-Europameisterschaft 2012 die K-Sekunden-Gruppenspiel Spanien gegen Irland. Als die Irren ab der 85. Minute 0 zu 4 zurücklagen, ohne Hoffnung auf ein Weiterkommen, stimmten 20.000 irische Fans das Lied «Fields of Athenry» an. Tom Bartels stellte die Kommentierung des Spiels komplett ein und hörte minutenlang schweigend dem irischen Fangesang zu. Er ermöglichte dadurch den Zuschauern einen der emotionalsten Höhepunkte der Fußball-Europameisterschaft 2012 und er hielt dafür deutschlandweit großes Lob. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gehörte er zum Kommentatoren-Team der ARD und kommentierte dabei unter anderem das Finale zwischen Deutschland und Argentinien. Am 13. November 2015 kommentierte Bartels für die ARD das Freundschaftsspiel zwischen der französischen und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Im Pariser Stade de France. Während des Spiels kam es in der Stadt zu Terroranschlägen. Detonationen von im Stadionumfeld gezündeten Bomben waren während der ersten Halbzeit innerhalb der Arena und auch in der Übertragung deutlich zu hören. Als im Laufe der zweiten Halbzeit immer mehr Informationen zum Ausmaß der Anschläge bekannt wurden, war Bartels gezwungen, ein immer nebensächlicher wirkendes Fußballspiel zu kommentieren und gleichzeitig die Zuschauer über die Katastrophe des Abends zu informieren. Bartels behielt mit Mühe die Fassung, bezeichnete die Situation jedoch im Nachhinein als pervers und sich selbst als überfordert. Auszeichnungen und Ehrungen 2011 Herbert Award in der Kategorie bester Sportlekommentator 2014 Deutscher Fernsehpreis für die beste Sportsendung Werke Tom Bartels, Tina Schlosser, Fußball, Technik, Taktik, Tore, Gerstenberg Verlag, Hildesheim 2010 ISBN 9783836955652 Mitarbeit bei Computerspielen Tom Bartels war Kommentator der Computerspiele der FIFA-Reihe und Fußballmanager-Reihe von EA Sports. Punkt. Referenzen Quotenmeter D. Tom Bartels besteht Showpremiere im ersten. Quotenmeter Die Bartels präsentiert Sportmagazin. Irren singen Kommentator Bartels schweigt YouTube-Video Irren sorgen für einen magischen EM-Moment T-Online Die 15. Juni 2012 Wer ist der beste EM-Kommentator? T-Online Die 18. Juni 2012 Mach ihn Mach ihn Er macht ihn RP-Online Die 14. Juli 2014 Abgerufen am 14. Juli 2014 Die Situation war pervers RP-Online Die 16. November 2015 Abgerufen am 16. November 2015 Preisträger In Deutscher Fernsehpreis D. Abgerufen am 3. Oktober 2014 10. 1. 1. Untertitelung des ZDF, 2020